Hallo! Ihr kennt doch bestimmt das Lied Stille Nacht, oder? Das habe ich hier gesetzt in Gebärdensprache. Gibt es halt so Gebärden wie dieses hier, das bedeutet Stern, und gibt es andere Gebärden, das ist das Baby, so wie dies gerade eben ist, das ist Jesus Christus, dieses hier, stellt die Leute dar, die schlafen, die Lichter sind raus. Diese Gebärde bedeutet Maria und Josef, das ist das Paar, die älter von Jesus Christus. Das sind halt abstrakte Gebärden für unsere Gebärdensprachpoetien. Viel Spaß beim Zuschauen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020